Bei CSGO Mütterweise sind die gleichen wie beim letzten Mal Der Simp, der Shepard, der Pangio, der Mr. Tako Und dann natürlich im Gegner-Team McManus, Holly, Kapuzenwurm, Sachsen-Less-Player Und Dalugard Yo Ich hab die Aufnahme zu spät gestartet So wie ich? Ne, gestern Du guckst mal genau, Alex, rechts runter gucken Du guckst Palace Oh shit, ich hab gefällt Haben die B? Alles klar, verschieden, verschieden Oh, holt einen weg, bitte Nein, ooooh Headdy gefressen Sind die schon On-Spot? Ey, Junge Waren wir nicht zu dritt auf B? Oh nein, nicht mehr ganz Ich hab aber ein Headdy gefressen Ja, die haben mich shop geholt Vielleicht ist er wieder nach Nää Dalu war der einzige, der nichts von mir gefressen hat Ich denke mal, die werden nochmal B kommen Lass mal B stacken Stacken? Alle B Aber Nades kaufen He wenigstens Schöner dann oben abharten und reinschmeißen Ich denke mal, dass die nochmal B machen werden Ne, ich denke mal, dass die nochmal B machen werden Trotzdem sollten Ich bin ja möglich, dass die Zürich geht trotzdem Mitte mal Ok Ok Ja, Steps Throwing a Grenade! Grenade aus! Wir werden nicht zurück gehen wahrscheinlich, oder? Wow! Sind oben noch! Sind alle drin! Haben sie so schon abgelenkt, warum geht da niemand drauf? Ah, wieder zu hoch! Alle on-spot Malte! Malte, die sind rechts von dir, ne? Ja, ach aber da, bitte mal eben noch einer! Eben! Holly mit seiner Galli! Ich mag die Waffe eigentlich ganz so! Nur zwei Schuss! Ah, fuck jetzt! Wollt du noch ein Echo? Würde ich sagen! Ja! Ich glaube jetzt machen sie was anderes, ich glaube jetzt kommen sie nicht mehr auf hier! Ich bin jetzt nicht wieder übers Haus, alle! Sorry, sorry, sorry! Scheiße! Das ist ein super Platz! Vielleicht dein Malte, oder? Flash bei B! Wieder B! Wollen wir auch? Wow! Unten hockt einer! Wo unten? Mike! Ja! Wo ist der? Unten haben wir noch, oder? Mhm! Doch! Der wird on-spot gegangen sein! Oh nein! Oh nein, Holly, du! Der macht halt nur One-Shots, ne? Du hängst immer so ein bisschen hinterher mit deinem Fadenkreuz, Fusi! Ja! Ich weiß! Ne, der Sensibilität nicht mehr untergestellt hat, wo er war! Ach! B oder Mitte? Simp! B! Come on, come on! Chop, chop! Laying down smoke! Smoke! Wieder! Wieder! Wieder alle? Ja, wieder B! Pass auf, unten! Oh, come on! Ja! Hab ich doch richtig gehört, scheiße! Und der Winnow! Der Netz von dir kommt, einer, komm! Connect der Hall! Die drückt sofort, ne? Das ist echt krass mit dem! Die kommen über, äh, Fenster! Achtung! Nice! Guck lieber kurz, Alter! Kann sein, dass die jetzt, äh, shop oder auf A legen! Auf A gelegt! Wir sollten nicht alle in die Kirche gehen! Alle! Einer wird, bitte, ja! Aber das war Holly! Der ist eine Alex! Der ist schon mal in die Sachse war's! Ne, ne, da war's der andere... Ne, Holly war auch, Holly hat auf jeden Fall... Oder anders nicht! Hast du ein Kid überhaupt? Ne! Ne, 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 ne! Links! Was? Was? Da holt ihr die Bombe! Ne, ich hatte... 70 HP! Hm, normal dürf's aber nicht sein, oder? Glaub, die kommen A, die kommen A! Glaube nur, weil da kam ne Flash! Dann wird der von uns auf jeden Fall down! Geh, Steps! Haus auf jeden Fall Steps! Na, off! Puh! Aber klar, da löst es noch Mitte! Immer noch! Ja! Mit seiner Arfe, ja! Ich hab mich geholen, nachdem ich... Er ist kurz gegangen! Nein! Kannst durchschießen! Schön! Ich sehe, Holly! Ich sehe, Holly! Was? Oh! Oh, da ist noch! Oh! Aber? Holly, du reizend die Null! Ja! Ja, das ist halt wirklich nur er, der irgendwie rettet, ne? Er kann ruhig. Ich gehe gleich Connector entdecken. Alex, da kannst du den Easy vom Palast, oder? Ja, ich glaub. Der Wuzi ist das da oben. Ja, kann was kommen? Nee, Alex, ich hab... Ich meinte Wuzi, sorry. Kannst du mal Palace flashen, bitte? Ich bin im Palace drin. Ich hab keinen Flash dabei. Ich hab keinen Flash dabei, hey. Da kommt einer. Da war einer. Wo war er? Kann das für mich flashen? Die gehen zurück, vier Leute, die gehen zurück, die gehen zurück, alle. Ich bin im T-Small. Oh, Wuzi. Ich hab Holly gegeben. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Vier Leute waren das, hinten. Okay, passt, alle tot. Oh, die haben eine AWP, das ist doof. Hilfe. Ich bin in der Kirche. Alex, die Window, die Window. Nein. oh mein gott alt ich hab dem sieben und siebzig in zehn treffern gemacht warum hast du da hingeschaut ich stand doch da da stand auch einer in ecke ich stand da nein da stand einer in ecke den habe ich gerade killt da stand genau einer in der ecke ist er doch der ist da da in der ecke siehst du da die blütsprücher da war der ach so er anstand jetzt zweit er hat sich nämlich gerade kauflein ankaufen ich bin doch zu offen wenn ich was abend für jemanden ja kein geld ist einer wenn die ist durch auf war er ist eine rampe ist ein helles wo steht die rechts von dir da ist deswegen stehe ich hier an die links da eine ecke genau und so weiter ich bin in den arsch gerettet und ich bin geflasht boah holly du 39 stück zweiner holly ist links noch okay ist es rüber gelaufen uns wo denn im palace und der gestein der andere ist hinter den kisten zwischen beiden hinteren kisten wo ist da muss er muss peken oder wohnen wenn er nicht wollen wir wollen der erste hätte drauf sein müssen ja ja schade boah ein echo ok immer wenigstens das hier mit ich gehe mit hohe und noch das hier ja alle mittel alle mittel ja nichts nichts 40 und 30 gefressen die gehen oben lang glaube ich ja da ist die neue p doch kurz war der auf jeden fall er war kurz wir werden wahrscheinlich über kurz zu b gehen boah holly unten wieder a hat 31 boah holly ey ich drücke immer nur 22 bevor ich sterbe wir haben nur 31 gedrückt also hat holly nur noch 50 zu weg ja ha 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 stimmt alter 4 nützchen 3 ich habe sie nicht gesehen ich habe auf a ja ja und du bist viel zu laut so nütz und so viel nein von beiden angemessen die beiden pisser jetzt mit der obwohl ich habe den kack sparen ich habe keinen guten spawn ne muss jemanden das Fenster da aufschießen nach der Mitte ja alleine bin ja ja war halt zu spät man hat keiner aufgeschossen aber fail einer ist A durch auf kurz ah fail aber Dalu ich bin ein idiot geht jetzt weiter auf einer kommt durch einer kommt durch zwei kommen durch und holly gibt mir instant noch ein dritter Malte holt sie sich Bombe aber nicht zwei noch da liegt eine pinke Leermaus Bombe ist auf B die hatte Dalu er ist da links irgendwo ein stattdessen exposier auf eine uxilance noch kann leger nicht den die l die Oh ne, war das knapp drauf. Was ist, wenn wir die mal rushen? Wo willst du die rushen? Wir wissen ja nicht, wo die kommen. Ich rush Mitte hoch jetzt. Okay. Ich geh über B, connect der Mitte hoch da. Oh, fail! Auf jeden Fall da, du ist immer in der Mitte. Deswegen, wenn du ganz links an der Mauer läufst und der R steht meist nicht links, deswegen. Links Mitte. Diesen Kombi. Ah, schön durch die Smoke, alter. Hat 30 Leben. Kommt jetzt durch. Boah, das hat gerade geleckt bei mir, scheiße. Oh, einer kommt oben noch durchs Haus gerade. Bomme auf B drauf. Da sind noch zwei drin, da sind noch zwei drin. Die letzten beiden. Oh, come on, Dalu. Ah, die was scheiße. Wo ist denn Dalu? Die gehen zurück. Beim Haus oben. Die haben die Bombe noch nicht. Die gehen jetzt runter. Die gehen jetzt runter. Achso, die haben die Bombe noch nicht. Du stehst auf der Bombe. Kannst du mich mal pushen bitte? Oh ja bitte. Die gehen in den Haus. Die gehen in den Haus. Haus, 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 Haus. Vor dem Kasten. Vor dem Kasten. Hier bitte. Hier. Hier ist auch noch. Alex, nicht peeken. Hier. Hier. Oh, ist gut. Wie die Waffe sieht man. Er hat gewechselt, er hat gewechselt. Die rechte Tür. Fische drin. Ah, verdammt. Lauf, 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 lauf. Counter-Terrorist win. Ich hörte dir doch voll was. Kann ich dir ja auch den Mega-Lag? Ja. Okay. Eine Runde, sehr schön, nicht zu null. Sind sie trocken? Ja. Let's make this ray as rain. Ich verstehe. Steckt der Server gerade? Minimal. Wenn die Pings hochgehen, dann ist er dead, aus der Liga. Ja. Pings gehen einigermaßen. Um fünf ist er gerade hochgegangen bei mir. Ja, er steigt wieder. Du bist oben, okay? Wird ziemlich krabbel auf Ding. Ich hab 90 gegeben, einen hab ich 90 gegeben, Holly hab ich 90 gegeben. Weil ich kein Game hatte. Noch einer, noch einer, noch einer, Nico. Unter dir, Alex. Wenn ich kein Geld hab für ne Flash, kann ich mir keine Flash kaufen, sorry. Kauf dir ne billigere Waffe. Boah, ich hab Holly 90 gedrückt, ey. Ich hab Holly 90 gedrückt. Und ich hab ihn dann mit der P90 gedrückt. Boah, das ist schlecht. Ich weiß. Wenn ich einen Steps unten 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 Oh Dale, kann ich einen rein? Palace hab ich nicht getroffen. Palace kommt raus. zeniu ist unten beim Palace. Hat Moly in der Hand. 64 gedrückt da kommt der dame von der seite ekobu echo brauche ich doch nur alle außer sim er könnte was holen aber nein pistol kann ich selber pistol geht schon da war wieder einer die sind nah oben in der palace da du wieder palace oh oh 72 danke für die flash oh come on holly ist oben drauf holly ist oben drauf oh scheiße Tino 78 wow 50 drück ich da du oben hättest du ich hätte Tino messern können ey ich hab zwischen die kam nicht aufs messer so schnell hast du ja nicht mal so gekillt also haha ja ich hätte ja messern können weil er rückwärts zu mir ankam ich hab geschossen hab ihn halt nicht getroffen fang lieber ab oder ja naja ehrlich Ich könnte aber noch nicht kaufen. Manchmal ist die Pumpe wirklich lächerlich. Kannst du mir nur die geben, Marcus? Kannst ne Pistole runter schmeißen, oder? Ja. Kommt wieder A, glaub ich. Oh, come on. Boah, Dalu 82 gedrückt. Oh, ich kräfe halt nicht. Ich nehme da einfach diese Granaten und ich gehe. Komm, hau was mit Nightshade um. Oh. Warte. Warte. Ich glaube, dass sie auf T bessere Chancen haben, weil die da Leute haben. Da müssen sie halt die Map genau laufen können. Ja, zwei Leute die Kills holen, ganz ehrlich. Ja eben, die kennen halt nicht die Map die anderen und wenn die... Bei T müssen sie denen dann nur hinterher laufen. Ich überlege auch, ob ich mir eine Awe hole. Ja, ich gehe A und gehe Awe. Dann geht mal einer von der A auf. Ja, mach ich. Warte. Warte. Komm, Pellis war einer. Nein, die sind wieder A und teilweise. Pellis war einer. Ja, Puzze, ja. Hat 78 von mir gefressen. Ah, HOLLY ist schon vorne. A 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 die drückt so gut die rechts alec aber was mein kumpel gerade sie ist der das der als du zielst du niedrig ach ehrlich ja 24 minuten 24 minuten so alle kevlar holen weiß nicht wie die stehen dürfen die runde nicht verlieren das ist fakt da muss man nicht springen bei der kante da noch einer drauf was zum nicht euer ernst nicht euer ernst heute hat nicht ernst er ist alleine bene bei headshots hat er gegeben das problem aber nicht geschossen meine holly ist halt auch bene da wird die mitte machen die wahrscheinlich zu dritt einer ist eine mitte ein hatten hilft von mir rechts an der ecke steht da im connector ähm der t-ramp nice warte geh weg holly steht links alex links unten von hinten kommt was glaube ich naja ist doch alex jetzt kommen sie von hinten ne schon einer drin einer drin nachgeladen alles ali steht hinten oh da nur nicht dein ernst äh 92 hat dalu gefressen ich würde jetzt nicht mehr vorgehen ja geh sterben sonst kehren die nicht nach der zeit du kriegst kein geld wer ist denn noch 40 ich bin die p90 lauf rein und töte alle ich bin 90 ja nice oh da war die waffe leer 30 in 2 ja die hat halt nicht 50 schuss drin der hab ich auch schon geschossen ja ich bin die wiese angebring egal komm alles kaufen ich map nebenbei danach wir dürfen ja wieder aussuchen cobble stone ja noch cobble verlieren wir direkt warum cobble warum cobble weil dalu und holly cobble können ja ja die können doch cobble wie gesagt ich werfe entfernung ja ich auch und bitte steht keiner von connector aus kam ne smoke raus unfail flash er sei grad einer runter wo runter ne es stehen alle auf A drei Leute aber nicht alle A3 ah Dalu steht kurz mit der A3 Dalu steht kurz mit der A3 der kommt den noch der schon gemoved der steht kurz mit der A3 ey wieviel will der nachfressen Malte versuch den mal von hinten abzufangen vielleicht krieg ich ohhhh scheiße B, B, B... B ist Clear Holding vielleicht noch Nein, beide waren auf A Oh mannn Küche is was, Küche is was Super ... план notre mitte zube, or? Ich push den typen in na kitchen, geht einfach auf B Auf B ? Okay das ist noch das ist alles draußen glaube ich oder wo ist er das vor küche der rechts rechts von rechts von dem haus rechts von 321 wir alle erst mal stöhnen die 38 kielte also 27 dann 665 ja der ist echt gut ich weiß gar nicht hatten ja du bist so krank oder wird Oh, ein Hit in der Mitte. Ja, das war Holly. Nee, da war ich nicht. Ja, da war ein Legal. Nee, nix. Daxes Spiel aber auch mit der Legal. Connector war was. Step-mäßig, glaube ich. Hab doch was gesehen. Kannst Connector gucken. Ja, niemand. Doch, da ist einer. Eine ist hinter uns. Randy ist hinter uns. Achtung, er kommt gleich. Wir müssen gerade gucken wollen. Ah, scheiße. Und Holly ist Window. Der hat nur 30 HP. Machen wir B oder was? Holly hat 30 HP. Was hast du für eine Waffe? Haka. Vorgehen. Oh, schön, Holly. Haha, ja. Da, da, du. Zu greedy. Ah, Alex braucht wieder sein neues Haus. Wie gesagt. Kitchen-Bandsnet. Ja, Holly hat nur 30 HP. Ja, wie ruckelt Alex bei mir voll. Ja. Shit-Shot ist Anne. Ja! Ja, bestimmt, Alter. Ja, Mann. Alex ruckelt voll. Ja. Der Typ hat so an, Alter. Junge. Sagen, die City-Brillen sind geil. Mein Steam-Overling hat mir gerade wieder angezeigt, wie alles online ist. Alter, der Typ, Mann. So, Leute. Dann war's das jetzt auch wieder für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. icioner. ��